Wie ein Popstar feiert St. Merden seinen Olympia-Helden. Nach dem Rückflug aus Sochi wird Fabian Riesle am Sonntag durch seinen Heimatort kutschiert. Die Blasmusik marschiert voraus, die Straßen sind gesäumt über einen großen Narrentreffen. In der Kutsche sitzt Riesle im Kreis seiner Familie. Der 23-Jährige hat in der nordischen Kombination Silber und Brose geholt. Auch in Breitnau wird der Athlet begeistert empfangen. Ihr wollt bestimmt die Medaille anpassen, gell? Riesle, wie ist es, wenn man so empfangen wird zu Hause? Also es ist hier gerade ein Riesenantrag und es ist echt unbeschreiblich. Echt Hammer. Echt Wahnsinn. Haben Sie mit sowas gerechnet? Ehrlich gesagt, ich habe gewusst, dass sie was machen, aber dass es jetzt so groß und so unbeschreiblich wird, das hätte ich natürlich nie geglaubt. Ehrlich gesagt, ich habe gewusst, wie ich es heute schon ein bisschen gut verhasekt. Aber wer hat das auch immer bei dir gemacht? Ehrlich gesagt, ich habe die Jungs Montag. Die Jungs, ich habe das. Was war ganz unbeschreiblich. Aber ich habe nicht mehr zu Hause, ich habe eine trulye Säge. Aber ich habe das.